Rechtsberatung und Strafverteidigung nach Erhalt eines Strafbefehls Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fathie. Meine Kanzlei liegt in zentraler Lage der Universität Stadt Heidelberg und ist insbesondere aus Mannheim auskommend über die Autobahn gut zu erreichen. Wenn Sie einen Strafbefehl erhalten haben, gilt es schnell, einen Strafverteidiger zu kontaktieren und sich rechtlich beraten zu lassen. Denn ein Strafbefehl ist, wenn er rechtskräftig wird, einer rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung gleichgestellt. Sie müssen bedenken, dass Sie auch aufgrund eines Strafbefehls als vorbestraft gelten können. Dies kann je nach Beruf erhebliche Konsequenzen für Ihr berufliches Fortkommen haben. Den gelben Umschlag, mit dem Ihnen der Strafbefehl öffentlich zugestellt worden ist, sollten Sie unbedingt aufbewahren. Auf diesem gelben Umschlag ist regelmäßig in einem rechteckigen Fenster das Zustelldatum vermerkt worden, was für die Fristberechnung zur Einspruchseinlegung wichtig ist. Sie sollten den gelben Umschlag möglichst schon zur Erstberatung in die Kanzlei mitbringen, wenn Sie sich bei mir beraten lassen. Häufig wird es erst nach erfolgter Akteneinsicht möglich sein, über die Erfolgsaussichten einer Einspruchseinlegung zu entscheiden. Daher erfolgt nach einer ausführlichen Rechtsberatung in vielen Fällen zunächst eine Akteneinsicht und eine fristwahrende Einspruchseinlegung durch mich als Strafverteidiger. Nach erfolgter Akteneinsicht wird dann in einem ausführlichen Gespräch mit der Mandantschaft das weitere Vorgehen besprochen. Nicht selten achten juristische Laien nur auf die Höhe der Geldstrafe bei einem Strafbefehl. Nicht berücksichtigt wird dabei häufig die sehr wichtige Frage der Anzahl der Tagesätze. Hierbei wird häufig übersehen, dass beispielsweise bei einer Verurteilung zu 91 Tagessätzen die Verurteilung in einem sogenannten Privatführungszeugnis sichtbar ist. Deshalb kann bei einer Geldstrafe von nur 1.000 Euro je nach Tagessatzanzahl es möglich sein, dass die Verurteilung in einem Führungszeugnis ersichtlich ist. Demgegenüber kann eine Geldstrafe von z.B. 5.000 Euro je nach Tagessatzanzahl bedeuten, dass eine Vorstrafe in einem Privatführungszeugnis Belegart N nicht sichtbar ist je nach Tagessatzanzahl. Häufig wird von juristischen Laien übersehen, dass in das Bundeszentralregister BZR alle rechtskräftigen Strafbefehle eingetragen werden, und zwar unabhängig von der Anzahl der Tagessätze und der Höhe der Tagessätze. Gerichte, Staatsanwaltschaften, aber auch z.B. oberste Landesbehörden erhalten aber von allen Eintragungen Auskunft. Dies kann bei einer Verbeamtung von erheblicher Bedeutung sein. Oftmals kann nach einer Einspruchseinlegung eine Einstellung gemäß § 153a Strafprozessordnung erreicht werden. Eine solche Einstellung wird nicht im Bundeszentralregister BZR eingetragen. Wenn keine Verurteilung und Eintragung im Bundeszentralregister BZR erfolgt, kann dies von großem Vorteil für ein weiteres, späteres Strafverfahren sein. Ich habe viele Mandanten vertreten, die einen Strafbefehl erhalten haben, nicht nur in Baden-Württemberg. Wenn Sie einen Strafbefehl erhalten haben, können Sie unter der unten eingeblendeten Rufnummer zu den beiden Mitarbeiterinnen des Sekretariats der Kanzlei Kontakt aufnehmen, zwecks Terminvereinbarung. Aus Zeitgründen ist es mir jedoch leider nicht möglich, jedes Mandat nach Erhalt eines Strafbefehls anzunehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.